Herzlich Willkommen in Ravensburg in meinem Salon. Ich bin Markus Herrmann und mit Leidenschaft Friseur. Begonnen habe ich 1977 und bin heute stolzer Besitzer von zwei Friseurgeschäften und einer eigenen Akademie. Den Salon gestaltet man ja so wie man ihn gerne hätte und hier habe ich das umgesetzt was meine Philosophie ist, Gradlinigkeit und diese Gradlinigkeit gibt uns die Chance das Haar und die Kunden in den Mittelpunkt zu setzen um perfekte Entspannung. Meine Kunden mögen besonders die entspannte Atmosphäre ist es die Atmosphäre die wir durch Musik entsprechend erreichen aber natürlich auch ein entspanntes und konzentriertes Team. Wenn wir Kunden fragen ist es das angenehmste beim Friseurbesuch die Massage, Kopfmassage, Haarwäsche all das wo Berührung stattfindet und das vereint mit entsprechenden Pflegeprodukten die unglaublich toll duften und als Beispiel hier Lux Oil wenn ich die Kundin riechen lassen dann sagt sie sofort ich brauche das. Ich mag besonders an den System Professionals Produkten dass ich mich wie ein Maßschneider fühle. Ich kann zusammenstellen ganz individuell für die Kundin was für ihr Haar für ihren Haartyp passt. Mein absolutes Lieblingsprodukt ist Alpha Energy. Es hat die maximale Pflegewirkung für Haar und Kopfhaut und schafft hervorragende Beweglichkeit, Geschmeidigkeit, Volumen gerade ideal für feines und brüchiges Haar. Haarpflege ist wichtig. Haarschnitt und Haarfarbe ohne Pflege ist nicht möglich.